Moin Pyros, heute testen wir das Highspeed Bombs Raketensortiment von Veko. Hier haben wir acht Raketen drin und zwar ist die Sortierung so, dass wir hier die Rebel in Rot haben, die Rebel in White und in Pink. Dann haben wir hier fünf fette Raketen und zwar die Snake Rakete, Alligator Rakete, nochmal die Snake Rakete, Tiger Rakete und Snake Rakete. Ja mal sehen wie dieses Raketen Set abschneidet und wir wünschen euch viel Spaß beim Test. So dann testen wir jetzt dieses Set und zwar werden wir alle Raketen schießen. Jetzt kommt Rebel in Pink und Rebel in White. Gute Raketen. Snake Rakete und Alligator Rakete. Die Snake Rakete war richtig gut. Hier haben wir jetzt nochmal die Snake Rakete und nochmal die Snake Rakete. Tiger Rakete. Die sind richtig gut. Jetzt haben wir nochmal die Tiger Rakete und die Rebel Red. Das Set kann man sich jedes Jahr kaufen. Das war's. Das war's. Ich habe eine große Rolle. Vielen Dank.